I can do it in the rest of it It's just a little touch of fate You'll be okay It shows this is the first time We just got rides and so have I Wer ist ein Fratze? Ja, der mich, der mir, der mir die Spritze gegeben hat. Genau, der. Der ist doch bestimmt nett. Ja, der hat mir mein Camcorder da gelassen. Er geht runter. Oder? Ist der das? Oh. Er ist weg. Woah, wie er ausrastet. Wie er einfach seinen Kopf da dran schlägt. Schon draußen? Jaja, ich renne hier rum ein bisschen. Der nächste, der einen an der Klatschen... Was denn? Sag ich nicht. Bar bist du hässlich? Bar bist du hässlich? Was bist du wohl? Bist du die Treppe? Ach, du bist die Treppe runter, ne? Nee, ich bin oben entlang. Uh! Block B. Mann! Kannst du mich krapschen? Kannst du mich krapschen? Ah, wie er lächelt! Oh, ist der süß! Gell, wie gut gelaunt er ist, ne? Ja. Die geht voll ab. Der im nächsten Raum ist auch nicht so der netteste, glaube ich. Ich schließe die Tür. Bam! Ich geh rein. Der kommt wieder auf. Warum liegen da Gedärme? Wo ist der? Er hat gesagt, er soll nichts tun, hat er gesagt. Aber wenn die Katze aus dem Haus ist hinten... Was liest du denn da schon wieder? Achso, das hat irgendwer gesagt, ja. Magst du jetzt Penisse sehen? Guck hier, jetzt kannst du Penisse sehen. Ich will nicht. Ich will mir erst mal das hier angucken. Aaaaah! Gedärme. Wo bist du denn? Ähm, du... Nein, du meinst nicht... Die Leute, die an dem Gitter... Gitterli stehen. Das ist jetzt nicht... Nein! Doch, die sind nackt. Aaaaah. Wer hat mir das denn... Irgendwer... Weiß ich mal. Lüpf. Ich geh runter. Der vorne von mir hat irgendwas gesehen. Ich geh runter. Ich geh runter. Der hat sich immer Let's Plays angeguckt. Und unter anderem war das dabei. Und ich musste da mal mitgucken. Lass mich mal vorbei. Ich geh unter der... Ich geh gleich in den ersten Raum, der hier ist. In die Zelle. Rechts in den? Ja. Nee, links war das. Okay, hier ist nichts. Meine Batterie ist auch gleich wieder alle. Gibt's hier noch was? Ich geh mal unter die Treppe lang. Nee. Kann man hier rein? Okay. Ich war vorhin schon ganz verwirrt, wo du gesagt hast... Ja, versteck dich im Spinn. Was für'n Spinn. Der eine heult die ganze Zeit um... Oh! Der schubst. Der ist gemein. Wer? Der schubst. Der direkt der Erste. Guck mal, gehst du zu dem? Der schubst. Nein, ich mach die Tür hier auf. Oh. Hier ist auch niemand. Was denn? Boah! Du warst ja links in dem Raum, ne? Bist du an die nächste Tür gegangen direkt? Ja. Hat da keiner geklopft? Nein. Bei mir hat da jemand geklopft. Ich geh, ich mach gleich alle Türen hier. Wuh! Fuck! Mein Gott! Oh Gott. Oh Gott. Ja, ganz hinten rechts. Guck einfach in die Scheibe. Das ist... Geh weg von mir. Du? Ja. Schlag... Schlag einfach. Schlag zu. Der eine läuft die ganze Zeit gegen Wände, gell? Und heult sich den Kopf an. Ja. Hier ist einer drin, ne? Ja, hab ich grad auch gesehen. Drücken, um zu verstecken. Ich bin nicht hier. Einer sitzt ganz hinten links in der Ecke. Okay. Gehen weiter. Oh. Ich warte noch, bis er hier ein bisschen weg ist. Hinten ist gar keiner drinnen. Dabei hab ich da doch geguckt. Mach die nächste Tür auf. Da ist ein Eingang. Ich glaub das ist in der anderen Zelle. Ich geh da durch, ne? Ich geh davon aus? Was? Ich bin da durchgegangen. Hast du schon alles inspiziert? Achso, ne. Eine Tür fehlt mir noch. Warte. Oder zwei. Wuh! Was denn? Irgendwer ist mega am Brüllen. Okay. Da seh ich nichts. Ich weiß noch nicht wo. Ich weiß noch nicht wo. Wuh! Und ich wollte die Tür aufmachen! Wuh! Wieso? Was denn? Boah! Ja, der hat an die Tür geklopft. Ist so okay. Aber die Tür, wo man reingehen kann, wo ein Riss in der Wand ist, da geh ich jetzt durch. Ja, da müssen wir wohl durch, ne? Ja. Ich kenn's mal die blöde Kamera aus. Ja, wir müssen nach oben. Also raufsteigen und nach oben. Da ist ein Luke. Uh! Wuh! Ich bin gleich runtergefallen. Ist ne Piste? Was siehst du gerne zu? Der eine hört sich an, als ob er sich einen runter holt, ey. Ja. Jo, ich geh einfach da lang. Seidig, 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 seidig. Ja. Warst du schon bei dem? Ja, ja. Ich war nicht eingeladen. Gut. Ich wollte eigentlich auch gar nicht hier sein. Aber ich bin ein Pressefuzzi. Hey, wo? Merkst du nicht, dass du krank bist? Wie, ei. Jetzt rennt er weg. Hey. Wo bist du denn? Ich bin geradeaus, also hinten langgegangen von den seidig-seitig Typen. Bin dann in den linken Gang gegangen. Aber ich muss Batterien mal wieder finden. Jetzt rennt er. Ja, ist weggerannt. Der spaziert weg. Wir können oben lang gehen. Wir sind jetzt hinter den- sind wir hinter den Dingern, wo die nackten standen? Die sind da hinten. Ja. Gibt's hier noch was? Ne, hier gibt's nichts mehr. Ja, da müssen wir jetzt anscheinend wohl lang. Ja, aber... Du gehst zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Okay. Hast du hinten schon alles inspiziert? Waren da noch Räume? Da war nichts mehr jetzt eigentlich gewesen. Nichts. Also nicht, dass ich wüsste. Dann müssen wir zu den Nacken. Ja. Ja. Auf zu den Nackten! Okay. Bist du schon über die... ...Schwelle da? Hüber? Ne, noch nicht. Okay, dann warte ich. Wurde. 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 Okay. Da ist keiner mehr. Okay. Was? Okay? Wow. Ja. Du hast nicht gewartet? Was? Ja, hab ich mir auch so gedacht und dann ist er weggerannt. Ich geh jetzt in den Raum. Okay. Hier liegt nichts. Gott always... Gott always provide a way, follow the blood. Mhm. Ja. Neues Zielfolge, den Blutspug zum Ausgang. Ich will da nicht rein. Ja, hab ich auch. Okay. Okay, ich bin drinne. Wow, was? Oh, oh. Ich werde vergast. Ja, ich auch. Nee, die Tür geht auf. Hörst du das klopfen? Ja. Speichert. Hm. Blutspuren zur Treppe hin. Ich guck, ob hier unten noch irgendwas liegt. Vielleicht im Müll. Batterien oder so. Na, ne Batterie! Ah, nice. Das hab ich gesucht. Zum Glück leuchten die. Ja. Okay, ich geh nach oben. Block A. Bist du auch oben? Ja. Also eins hochgegangen? Ja. Hier müssten wir rein theoretisch durch, aber die Tür ist zu. Da flüstert einer. Ja. Also noch eins nach oben. Aber wenn du mal guckst, da oben ist ein Loch. Wenn du an der Tür stehst, kannst du oben rechts, siehst du ein Loch. Da kannst du von eins oben drüber. Oben rechts siehst du noch. Warte, ich bin erstmal Block A, wo ein Pfeil nach oben zeigt mit Blut. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das ist jemand. Ich bin noch einen Gang drunter gewesen. Ich hab ihn. Der flüstert. Steht da. Drown the drain. Fuck it. Du kommst dann nur von unten durch den Abfluss kommst du hier raus. Ich bin mal so cool und geh nach links. Ja, ein Dokument. Ja, hab ich auch gemacht. Okay. Haben wir? Wollen wir angucken? Ja. Ja. Okay. Das Programm für Patienten. Fingermaler. Ja, hab ich gerade auch gemacht. Helen. Mhm. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Aschem Bautsch hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine Shizu... Was? Shizu... Affektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen werden, von den Kosten für das Klozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Merkhoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Ach, unsere. Oh, ich hab untergeschritten... Gelesen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Nile Wolfram. Okay. Also ist das unser Patient hier, ne? Mit seinen... Wolfram ist ein Metall. Ja. Ich geh wieder vorbei. Ja. Ich geh weiter, da ist ein... Ja, ja, da ist ja ein Loch. Also, was du meintest. Aber ich geh da dran vorbei. Ja, ich auch. Ich guck mal. Da ist nur ne Tür. Aber es gibt nix. Also runter. Ich bin unten. Da ist ne Tür links. Ja, hab ich gesehen. Wollen wir rein? Weil wir hier nicht durchkommen. Warte. Oh, oh. Es ist am Exit. Ist auch noch ne Tür. Was möchten wir? Ja, wo wollen wir? Hm. Hm. Mich lockt irgendwie die Tür. Die Tür, die halb offen ist. Hm. Wollen wir? Ja? Nein? Ja. Drin. Okay, ich mach auf. Ja, schön. Okay. Ich bin auch drin. Ich glaub, da steht jemand, oder? Ja, am Gitter. Wir sind schon wieder... Ich glaub, da, wo wir nicht sein sollten. Computer. Ich sehe hier nichts. Ich geh in den neben... Wie kann man sich einfach überall verstecken? Ja. Das, was es zu bedeuten hat. Oh Gott, meine Batteries legt alle. Das waren Rituale. Äh. Wow. Was denn? Er redet. Ja, ja. Er redet. Ich finde keine Batterien mehr. Achso. Das sind auch so selten wie möglich diese Kack-Kamera. Ja. Ich hab mir jetzt auch gedacht. Okay. 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 Okay, wir müssen wohl dem Blut folgen. Und zwar füttert wieder weg. Exit. Ja, das führt ja eigentlich in diesen Bereich. Exit. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Also wird das nachher auch... Ja, also wird das nachher so sein, wenn wir das drücken. Wann kam das bei dir? Wo ich zur Tür gegangen bin, aber die geht nicht auf. Deswegen müssen wir, glaub ich, über diesen Schreibtisch springen. Ja, da bin ich jetzt. Hm. Ich auch. Hörst du das? Ich hab... Ich hab jemanden schreien gehört und ich bin direkt nach hinten gerannt. Ich hatte Angst. Wie? Nein. Ich bin... Ich steh da immer noch wie angewurzelt. Pff. Ich bin in einem Spinn. Hahaha. Schön. Da ist auch noch ein Spinn. Toll. Okay. Ich... Ich bin da... Nee. Ich bin der Mieger der Hosen-Scheiße. Wer ist da drinnen? Wenn der hier rum, dann muss man wieder aufpassen. Der steht da und der hat... Der ist nichts in dem Raum drinnen, oder? Ja, der hat einen Knüppel. Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Verändert er sich? Ich seh nichts. Ich glaube noch nicht. Ich schleiche da drunter durch. Ich... Ich... Ich hab mich hingehockt und geh vorbei. Ja, okay. Okay, okay. Habe ich jetzt auch? Und jetzt so? Ich glaube da sind mehrere Sachen. Kannst du weiter, oder? Ich glaube wir müssen an diese Toilette oder in diesen Hinterraum, was auch immer das ist. Er guckt mich ja an, Mann. Habe ich gerade auch gedacht. Was ist das? Psst. Sieht er dich an? Ja. Tut er dir was? Nein, aber ich geh auch grad nicht weiter. Ja, ich bin auch nicht stehen geblieben. Willst du geradeaus, oder? Ich weiß nicht, was ich will. Ich will nach Hause. Sag mir, wo du stehst. Ich steh kurz vor dem Gitter, ich seh die Tür schon. Und ich seh... Ich renn einfach. Warte, ich geh einfach weiter. Ich seh, im Nebenraum leuchtet irgendwas. Ich glaub, da müssen wir hin. Oh, er wackelt so komisch. Ich geh jetzt in den Raum rein. Mach doch. Er wartet nur da drauf. Ich seh das. Ja. Ja. Ich guck dich auch an. Nur ich, nur du guckst mich an. Ich guck dich auch an. Ich guck dich auch an. Ja. Ich gucke dich auch an. Er macht nichts. Er macht nur nichts. Er macht nichts. Okay, okay, okay. Wie schön, du hast gar nichts gemacht. Wie? Er hat... Er hat... Er hat nichts gemacht. Boah, verarsch mich nicht. Ne Batterie gefunden. Auf dem Schreibtisch. In dem Räumchen. Wie bist du an dem wirklich vorbeigegangen, oder bist du weiter? Ich bin wirklich an dem vorbeigegangen, Isa. Ich bin wirklich an ihm vorbeigegangen. Ja, ich aber nicht. Ich bin jetzt bei... Ich bin nicht nah dran. Ich bin mit... Ich bin immer schön mit dem Gesicht zu dir.